ein herzliches willkommen zum vorläufigen finale unserer 100 aber dann aber nennt special tour von münchen über augsburg würzburg voller frankfurt mainz bis hoch nach koplenz wie ihr seht haben wir jetzt einen etwas anderen ic1 bf 401 und zwar das folgenden grund ich konnte den anderen ice hier nicht nehmen den bfeuer hatten das hat ihr dermaßen performance probleme gegeben also das konnte ich euch bei weitem nicht antun deshalb habe ich mir gedacht nehmen wir uns den mal aus dem enchantment pack mod sieht ja auch ganz schön aus und ich musste den zugleiter spawnen weil wir das zeitlich sonst nicht hinbekommen hätten es geht nämlich ein es gibt nur 20 fahrplan szenarien hier auf der strecke mit diesem zug und zwar einmal ganz früh einmal ganz spät und da wir ja nach fahrplan fahren wollen habe ich mir gedacht es wollen wir einfach dazu gehen auf die linke reinstrecke nach koplenz ich würde sagen wir machen hier noch ein schickes foto und dann lassen wir die fahrgäste einsteigen und machen uns gleich auf dem weg nach kakao wunderbar los geht's so da brauchen wir natürlich erst mal richtungsfahrschalter nach vorne da machen wir die türen auf freigeschaltet dann machen wir die zugsicherungssysteme kennen so hier ist soweit alles erledigt genau genau da müssen wir die zuglicht danach einstellen selbstverständlich so das brauchen wir nicht gut dann sind wir soweit fertig das können wir hier noch eventuell noch wenn wir es hinkriegen die nummer eingeben und zwar geben wir da mal die nummer da muss ich selber mal eben schauen welcher zug das denn ist von mainz nach koplenz da schauen wir mal vielleicht bekomme ich das ja hin dass wir da eine adäquate zug nummer rauskriegen mainz koplenz hauptwarrlauf ich bin da überhaupt ICE fährt das müssen wir erstmal hinkriegen 12 uhr 15 passt ja der ICE 928 das ist doch wunderschöner nehmen wir den 928 so da melden wir uns an wunderschön ach ich liebe es wenn es klappt so da würde ich sagen wir haben ausfahrt können die türen schließen und uns dann auf dem weg nach kakao machen wunderschön auf geht's nächste halt Koblenz sehr schön sehr sehr schön ja die müssen wir ja stimmt da war ja was müssen wir ja anklicken drehen und dann kann man die erst aufschalten so war es ja aber wenn man die länger nicht gefahren ist dann weiß man das nicht mehr so jetzt aber die freien wenn man die wenn man die und So, können wir auch auf 80 beschleunigen. So, können wir uns wiederholen. So, dann kann man den auch auf 100 beschleunigen. Wunderschön, endlich mal wieder den Mod-IC, haben wir ja schon lange nicht mehr gehabt. Ups, warum ist hier auf einmal 60? Wunderschön, wunderschön. So, dann geht es hier. Ach cool, den kann man sogar wegnehmen, wie geil ist das denn? So, im Moment steht es 50-50, ob wir weiterfahren sollen bis ins Rückbeat, also ihr könnt euch bis morgen noch entscheiden. Und dann dafür 160. Ob unsere Tour morgen weitergehen soll als bis Koblenz? Das entscheidet ihr ganz alleine. Ja? 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 Na ja. Ja. So, haben wir das auch erledigt. Fahren wir mit unserem ICE 928 von Mainz bis nach Koblenz. Mit unserem Mod ICE. Und sollen wir da sein? Müllzeit haben wir natürlich keine, aber ich denke mal so Viertel vor 1, 10 vor 1 werden wir wohl in Kakao sein. Gleis 2, wenn wir ankommen, normalerweise reserviert für den RE5. Aber wenn wir da ankommen, ist normalerweise der RE5 da, aber in unserem Spiel ist er heute nicht da. So, wir sind hier schon von München über Augsburg bis nach Würzburg bis nach Fulda. Von Fulda dann nach Frankfurt, von Frankfurt nach Mainz und von Mainz nach Koblenz. Und wie es weiter geht, entscheidet hier ganz alleine, ob wir noch bis ins Rummiet fahren über Aachen, Köln, Dichsburg und Essen. So, gleich 150. 1, 940, 150 ist glaube ich jetzt nicht das Wichtigste. Spielt jetzt nicht so eine große Rolle würde ich mal sagen. Also wie gesagt, diesen anderen ICE, den wir bisher auf einem anderen Fahrt machen, den konnte ich hier beim besten Willen nicht nehmen, dass das dermaßen Reformsprobleme gehabt hat. Das ging überhaupt nicht. Das war nur am Einfrieden, in einer Tour, das konnte ich euch beim Bein nicht anschauen, das ging überhaupt nicht. So, und was haben wir denn da jetzt gleich? 150, dann können wir auch bei 150 bleiben. Wie alt. Wunderschön. 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 Foto machen und gewinnen. Ja. Sehr, sehr schön. Da kriegt man doch gleich Lust auf Dubbo. Oder? Ne? Sehr, sehr schön. Ja. Ach, nicht mehr diese Bahn hier vielleicht. Ach, nicht mehr diese Bahn hier vielleicht. So, nicht mehr diese Bahn hier vielleicht. Das ist schön. Also, wir würden wir wieder auf den Bereich. Ich bin der Bereich. Ich bin der Bereich. Drei. Ja. Du bist, du bist, du bist. Weißt du stetschen. Du bist, du bist, du bist. Und, du bist, du bist. Untertitelung des ZDF, 2020 So, 160 So, ich denke, im 1.160 werden wir hier auch nicht fahren. So, das ist, das ist, ich möchte mal wissen, welche Wand das hier ist. So, das ist, ich muss sehen, da, Binnen, ah, okay. So, ich denke, 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 ich denke Ach, da haben wir doch gleich rot, wie ist das denn? Das ist doch jetzt eher doof. Beschwindet das noch, oder? Was ist das mit dem roten Signal? Scheint sich aufgelöst zu haben. Die kommen ja auch erstmal wieder beschleunigen, würde ich sagen. So, Bingen haben wir dann hinter uns gelassen. Jetzt kommen wir als nächstes. Das ist Trächtighausen. Okay. So. So, durch den Sausen. Guter Heimbach. Oberwesel schon. So weit ist es dann nicht mehr. Fabian im wunderschönen Kippen. Rein entlang unserem Duplo IC. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Oh, wir haben rot. Oh, wir nehmen uns wieder. Es hat sich erledigt. Ich bin jetzt noch ein paar Kilometer. Ich habe noch gar nicht mehr. Ich bin jetzt noch nicht mehr. Ich bin jetzt noch ein paar Kilometer. Mensch! Wunderschön! Wunderschön! Jewel Wunderschön! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Wer ist denn da im Weg? ZDF, 2020 ZDF, 2020 Schon wieder rot Damit du gerade entfernt Das gibt es doch gar nicht ZDF, 2020 Bis zu unserer vorläufigen Endstation Kopelns Hauptbahnhof Könnt ihr nochmal schauen Da ist nach wie vor 50-50 Winter 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 So, 1.30 Uhr, dann gleich 1.40 Uhr. So, 1.40 Uhr, dann gleich 1.40 Uhr. 1.40 Uhr. Mein Gott, das ist echt nicht einfach mit der AFB, das kann ich euch sagen. So, 1.40 Uhr. So, was haben wir hier? Oberwesel, da fahren wir jetzt durch. Und als nächstes kommt dann St. Goa. So, was haben wir hier? Nachdemwand. So, das war jetzt noch mal. So, das war jetzt nicht. Bis zum nächsten Mal. Jetzt kommen wir die etwas steileren Kurven und dann kommen wir die in der Zeit, in der die die Höhe, die wir machen und wir werden die Höhe, die wir in den Höhe, die wir haben und die Höhe, die wir in den Höhe, die wir auferen, die wir in der Höhe, die wir in der Höhe, die wir die Höhe, Sooo, als nächstes haben wir dann hier, guck, da sieht er was entgegen, ähm, jetzt muss das ein Chor sein, ja, genau. Ja, natürlich. 181 km sind das von Mainz nach Koblenz St. Goa, Oppert, Königsbach, Koblenz Das sind jetzt so die nächsten Halter So, komm, spring um Wie geht das? Da ist Bockert-Hitzenbach, weiter hoch gehts da Gleich poppen wir die Homba auf Gucken wir was Salziges genau Was reds? Königsmach Gucken wir hier in Koblenz Wunderschön Ringen Das war es soичig Wunderschön 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 Untertitelung des ZDF, 2020 So, 20 Kilometer noch. Wie gesagt, ihr könnt bis morgen dann entscheiden, ob wir noch weiter fahren. Sprich, Aachen, Köln, Duisburg, Essen. Wobei, Aachen brauchen wir gar nicht. Wir können ja Koblenz, Köln, Duisburg, Essen. Genau, Aachen brauchen wir gar nicht. Ich muss immer, glaube ich, Geografischkeit nicht machen. Winter, Winter. Also ab wie dann von Koblenz über Köln. Nach Duisburg und Essen fahren, entscheidet ihr? Nein. Ich habe Zeit bis morgen zum Abstimmen. In der Community. In der Community. In der Community. So, nochmal ein kurzer Blick, wie es im Moment steht. Nach wie vor 50, 50, gut, es ist doch schon spät, vielleicht wird sich da bis morgen was dran ändern. So, nochmal ein kurzer Blick, wie es im Moment steht. 401 001 Strich 3 Herr, Herr, Herr. Das war's. Binnut. 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 So, wie ist das? So, wir sind jetzt gleich noch 10 km bis Koblenz. Diese Reise hier oder diese Strecke entlang des Reins ist wirklich atemberont schön, das muss man wirklich sagen. Wie gesagt, schön wäre es auch, wenn es irgendwann mal in die Strecke erweitert wird Richtung Köln und so weiter, wenn es da so Strecken erweitern gäbe. Also das wäre schon wirklich wunderschön. Dann mit dem RX als RE5, das wäre das 1 Plus Ultra. Das muss man wirklich mal sagen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wir fahren die Strecke mit dem ICE hier. Ich bin die einmal abgefahren mit dem RE2 von Mainz. Nach Koblenz. Das war schon eine Reise, also das kann ich euch sagen. Vor allem, wir haben auch fast an jedem Bahnhof gehalten. Wir gehen es nicht an jedem. Klar, wir sind. Aber das war schon 1,5 Stunden unterwegs, soweit ich weiß. Und hatte dann in Koblenz so eine gute halbe Stunde Aufenthalt, weil der ICE von, ich weiß gar nicht woher kam, genau aus Mainz, der hatte Verspätung. Es war sehr viel Verspätung. Und ja, dann konnte ich das so nutzen. Also ich war mit dem RE2 schneller als der ICE in Koblenz. Das hat das hier als Hühner schön gepasst. So, es ist wieder so ein Stück Strecke, wo die Kilometer nicht weniger werden. Ihr kennt das, es ist auf dieser Strecke ja normal, dass das nochmal wieder vorkommt. Bade. So, das ist das, was wir in der Lage. Pintra, Pintra! So! Haben wir Koblenz gleich erreicht! Das dürfte jetzt hier gleich in Brenz sein, dann kommt noch Fischbach oder wie dieser Piotr ist kurz in Koblenz hab ich schon wieder vergessen ehrlich gesagt oder Marilu oder Vakala, also Königsbach so ist der Sehr viele MCs hier unterwegs also deutlich mehr als deutlich mehr als Nahverkehrszüge so so langsam und sicher kommen wir dem Ende entgegen vielleicht letzten Fahrt Fragezeichen ihr entscheidet bis morgen aus VINHA Vielen Dank. So, ich fahre doch mal ein ganzes Stück hier runter. Ich fahre schon mal auf 100 runter. Ich fahre schon mal auf 80. Ach scheiße, jetzt habe ich eine wichtige Nachricht bekommen, jetzt konnte ich nicht hinkommen. Und zack, direkt 20 Minuten. Egal, dann lassen wir das. Jetzt brauchen wir auch keine Entschuldigung, um gerade nach vorne zu gucken, wenn man zuquert. Wo stehst du denn jetzt auf? Da haben wir ja unsere Zwangsäle, die dort noch erwischt. Die Zwangsäle So, dann fahren wir hier schön geschmeichert und gucken wir uns ein. Wie gesagt, die Zwangsbremse war unnötig. Warum haben wir denn jetzt schon wieder wachsam? Das ist doch abartig. Mann, was ist denn los? Also das war doch jetzt unnötig. Ich war doch unter 45. Warum haben wir denn dann wachsam zu drücken? Das gibt es doch gar nicht. Ich verstehe es manchmal nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Tut mir leid. Tut mir wirklich leid. Das sollte so nicht sein. Was ein Scheiß manchmal, ehrlich. So unnötig. Einfach so unnötig. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Willkommen in Koblenz. Ich verstehe es nicht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Soll ich lieber mal ein bisschen langsamer fahren, weil das rote Signal wieder direkt dann wieder ist, an dem Zielpunkt. Soll ich lieber mal ein bisschen langsamer. So, ich öffne jetzt die Türen. Ja, gut, das war dann erstmal unsere Fahrt von München über Augsburg, Würzburg, Fulda, Frankfurt, Mainz, schließlich bis hierher nach Koblenz. Wenn unsere Reise weitergehen soll, dann schreibt es bitte in die Kommentare, beziehungsweise stimmt in der Community ab. Bis morgen habt ihr Zeit. Im Moment steht es 50-50 und entschuldigt bitte das Ende hier der Fahrt. Das war so nicht geplant. Aber ja, sowas passiert halt. Wie gesagt, wenn euch dann, wenn ihr Bock habt noch mehr zu sehen, dann stimmt in die Kommentare ab, beziehungsweise in der Community ab. Und ja, ich werde es da morgen sehen, beziehungsweise heute, denn ihr seht das Video erst heute, genau. Und das hier ist Koblenz, wie es bleibt und lebt. Und ja, wenn es euch gefallen hat, das Ganze, unsere große Abonnenten-Special-Tour, dann schreibt es bitte in die Kommentare. Lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht hier immer gar nichts. Passt auf euch auf. Habt eine schöne Zeit. Habt eine schöne Restwoche. Einen schönen Freitag. Schönes Wochenende. Passt auf euch auf. Euer Dennis Peters. Haut rein. Ciao. Servus. Und tschüss. Hier live aus Koblenz. Bye bye.